In Yu-Gi-Oh! hören wir das Wort Consistency richtig, richtig häufig. Aber was ist das? Für alle, die in der englischen Sprache nicht mächtig sind, Consistency bedeutet Konstanz. Wie wahrscheinlich ist es, dass euer Deck die Sachen, die es machen möchte, wiederholen kann? Das heißt, wie wahrscheinlich ist es, dass euer Deck das tut, was es tun soll? Also Starterkarten bekommen und die Kombi machen, die ihr Kombi machen wollt oder das Fadgir suchen, was ihr suchen wollt. Um euer Deck so consistent wie möglich zu machen, ist es wichtig, eure Starterkarten dreimal zu spielen, damit ihr die Konstanz eures Decks so hoch wie möglich haltet, damit ihr, wie der Name es sagt, eure Plays so consistent wie möglich aussehen könnt. Das ist Consistency.